hallo meine lieben und willkommen zu einem neuen video von mir ich habe heute ein silvester spezial video für euch weil ja morgen ist hier silvester und das habe ich in meinem ladengebäude also vielleicht habt ihr meine anderen videos auch schon geguckt da habe ich ja im laden im ladengebäude halt auch mal also zum beispiel friseur eine bäckerei und so reingebaut und heute habe ich jetzt halt mal einen laden in den man feuerwerk kaufen kann reingebaut dafür habe ich mir hier was ausgeschnitten aus dem prospekt da steht feuerwerksverkauf 2019 und dieses playmobil schild was ich eigentlich immer am ladengebäude dran lasse also habe ich selber gebastelt hängt immer noch daran dann hier noch so ein kleines schild mit den öffnungszeiten und hier noch ein bild vom feuerwerk zeige ich euch jetzt noch genau also da unten ist ja so ein feuerwerk körper eben und neben dran stehen die öffnungszeiten montag sonntag 9 bis 19 uhr also die habe ich mir selbst ausgedacht hier an der seite vielleicht kennt ihr schon von der schule also da habe ich hier eine garderobe aufgehangen mit so ein paar perlen die habe ich mit kleberknete festgemacht und hier unten habe ich noch so ein sticker geklebt und da oben auch noch so ein sticker also ein vogel dann muss ich kurz absinne rum dann stehen da gerade schon die zwei figuren drin einmal die marie und einmal der papa hier neben dran ist die kasse das bedient er hier hat so eine jacke an so ein gestreiftes oberteil das ist also die kasse hier und ja der der tisch da der ist von von der ski hütte da gibt es extra noch so ein inhalt ist man halt also so ein skischop dem halt in fladengebäude einbauen kann deswegen ist auch alles in grün ist eingerichtet also hier dann habe ich hier in der mitte so einen tisch aufgebaut so sieht er aus und dann da liegen raketen gebe ich mir aus einem prospekt aus also ausgeschnitten und dann hier sieht man es an der seite vielleicht mit dieser film auf so etwas dicke aufgedruckt also aufgedruckt aufgeklebt mit dieser film und ja das ist so ein schaumstoff das war bei einem paket dabei und ja ihr könnt aber auch luftpolster folie oder so nehmen das können die fast halten ist halt ein bisschen rutschig aber ja sie konsulten und ist halt gut dass es so dick ist finde ich war wenn es halt nur so ein papier ist dann kann da ja auch nichts drin sein also ja hier sind halt die zwei raketen die liegen da auf dem tisch hier ganz hinten an der wand ist eben so ein 16er schuss batterie so eine batterie eben hier sieht man dass die habe ich auch ausgeschnitten und drauf geklebt aber auf zwei schichten davon also weil das sollte ja auch einigermaßen stehen können so meine schuss batterie steht ja auf dem boden so sieht die aus die habe ich dorthin gestellt und ich tue mal die menschen jetzt gerade mal entfernen die kostet im aktionspreis 15 euro 99 die preise habe ich mir nämlich dazu auch ausgeschnitten dann für 6 euro 99 kostet alles zusammen also dieses regal ist jetzt schon leer gekauft für 6 euro 99 und oben drüber gibt es wieder ein paar sachen einmal hier so ein feuer auch zum feuerwerks körper halt sind eher so die kleinen knaller da brummer und so dann hier nochmal so etwas die tolle biene das sind solche brummer die in die luft fliegen wenn man sie anzündet dann die knallteufel wie man hier sehen kann zwei stück und solche flitz feuersteinen und hier drüben das war eigentlich nur so ein etikett aber ich finde es sieht aus als wäre es irgendwelche wunderkerzen also das einmal hier unten drunter das wurde ich mal raus sieht so aus dann solche kleinen figuren drauf und das ist halt so ein mischset mit verschiedenen sachen und 11 euro kosten alle wunderkerzen zusammen und ja es ist ein set mit zehn wunderkerzen so sieht das dann aus also das habe ich jetzt hier mehr zusammengestellt falls es nach basteln wollt also es geht eigentlich ganz einfach ihr schneidet euch halt aus dem prospekt sachen aus die er halt haben wollt passend sowas da eben und vielleicht habt ihr luft polster folie oder karton je nachdem wie es halt gern haben wollt wie dick und so oder ja etwas dickeres papier oder so oder ein taschentuch darauf kann man sicherlich auch aufgeben und dann einfach mit teta film drauf kleben also so sieht man ladengebäude eingeräumt insgesamt aus hier könnt ihr auf pause drücken durch die sachen genau angucken und hier auf der rückseite sieht man das im schaufenster ja nur die eine seite gedruckt ist aber mich persönlich stört das eben nicht ja also die auf der kasse steht 59 70 also wenn ihr viel einkauft kommt auf so ein preis sicher schnell da sind so einfach raketen ich habe es vielleicht nicht das ganze feierwerk was es gibt weil ich hatte auch nur noch die paar prospekte da und ich habe auch nicht so viel gefunden und ja ich hoffe ich habe mein spezial video gefallen und schreibt ihr mal in die kommentare ob ihr sowas auch nach basteln wollt und bis zum nächsten mal tschüss